Das Schutzkonzept des Unternehmens von Andrea steht. Sie ist bereit und wartet mit allen Schutzmassnahmen auf Ihre Kunden. Aber es trauen sich noch nicht alle. Nehmen Sie doch Ihren Kunden die Angst und stellen Sie Ihres Schutzkonzept mit einem kurzen Erklärvideo vor. Das Video können Sie dann auf Ihrer Webseite und Ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichen. Und so dürfen Sie sich auf ein sicheres und baldiges Wiedersehen mit Ihren Kunden freuen. Jetzt auf videospot.help.ch gehen und Ihr Schutzkonzept-Video machen lassen.